Lass mir von der Frau doch nichts sagen ey. Die Zeiten sind vorbei. Achso, ich muss ja da oben drauf drücken. Ich krieg die ganze Zeit Gas. Na? Prost, komm, bestätigen. Eieieiei. Das ist aber auch noch nicht auf. Ja, genau. Wieso starte ich immer von so weit hinten? Das ist nicht die Final Location. Location, Location. Ja. Ach ey, Hombro, Alter. Nur dumme Köpfe hier ey. KI, Kackmist. Aber ich schieb die mal an, dass du mal hier so komm. Schieb ab ey. Ich hab ey, so aber die Faxen dicke jetzt hier ey. Ich fahre wie der letzte Kraut und Rühm. Ja. Ja, Mann, Murat ey. Rameln und Arsch wegziehen, Alter. War doch, du Penner ey. Das ist ne Rennstrecke. Alter, was fahren die denn hier? Für ne Kacke, Mann. Ey, das gibt's nicht ey. Da fahren sie dann, dann sind sie dann immer zu halten. Da kommst du hinterher. Halt dein Maul. Lass mir von der Frau doch nichts sagen ey. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Geh, du Snyk. Ja. Ja. Ei, höh. ja das hast du da vorne nein nein ich hatte so viele punkte ich habe mich drauf trifft also virus kein rennen das habe ich jetzt voll verleicht ich brauche eigentlich nur bedrückt da statt jetzt hier zu kommen ja gut die ziel auch aber scheiße geht das noch mal machen ich hab voll ja ja kommt hier noch mal wo ist denn hier das machen wir noch mal nee 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 so ladenmodus kommt zack hier zack zack wenn man die alten spiele von früher erinnere garage was soll ich denn in der garage ja komm mach mal hin wahrscheinlich wieder die video sequenz da die kontrolle an der seite legen und mir mal diesen kleinen augen schmausern tunen ja ja da mal los armer los armer los meh hey du musst mich diese baubilder posten lassen man der meister selbst könnte die wählen weißt Du, aber folgendes. Wir wollen keine Witwenmacher hier. Nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit der ganzen Power klar zu kommen. Das ist Phase 2, okay? Die sehen nicht aus, als wenn die BH trägt. Hier, unser Nakai-san. Er war ein Street-Racer, wie wir alle. Und jetzt? Reicht er um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden. Es stimmt. Ich bin ein Wahnsinns-Typ. Hör lieber weiter deine Regenwald-Sounds, Manu. Ich hab gerade ein Bild gepostet. Hier, guck mal. Spitze. Ja. Wirklich spitze. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es leidt. Ja, was dagegen, Manu? Hey, du hast schon so zu viel Zeit auf, Herr Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße fahren. Klar. Wir sehen uns dann, okay? Was für eine Unterhaltung. Hättest du mir das nicht auch anrufen können und das sagen können? Oh, geil, ey. Ja, okay. Es soll wieder aus der Garage raus. Mach. Okay. Ja, hat erstmal unser Bild gepostet. Schön. Wie freu ich mich. Echt? Das Styling? So, ich denke, ja, geil, ey. Ja, okay. So, hm, ja. Wir kommen ja nicht drum herum, um diese Kacka da. Nee. So, was hat er? Gewinn-Events mit Spike. Okay. Da haben wir ja noch was offen. Moment. Stopp. Spike ist grün. Karte, genau. Spike, 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 Spike. Verrückte Tour, Mittel. Ich weiß nicht, hatten wir die abgeschlossen hier? Weil das Blöde ist ja, ne, wenn ich euch schon sagte. Wenn du das gefahren bist, hast du einen Haken da. So, es steht aber nicht da, ob du die jetzt geschafft hast oder nicht. Das ist, ähm, ne? Aber da die Nachricht noch vorhanden ist, denke ich mir mal, dass wir das vielleicht... Aber da ist ein Sternchen. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Nein, wir fahren jetzt einfach nochmal. Mal gucken, was mal rumkommt. Das ist total... Das haben die echt doof gemacht, ja. Die sollten vielleicht ein rotes X dann hinmachen, äh, äh, hätten machen sollen. So, für, ne? Ja, äh, 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 ist gefahren, aber nicht geschafft. So, Haken da. Okay, Strecke geschafft. Macht Platz für den König. Ach, nee, scheiße, ja, äh, der Quatsch war ja gefahren, ja. Ja, versuchen wir das einfach nochmal jetzt mit dem auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Golf geschafft haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, und was kommt davon? Wenn wir zu schwer in die Kurve reingehen, ne? Die Strecke bin ich mal mit dem Camillo gefahren, um Punkte, um Kohle zu machen, weil es eins der kürzeste, kürzeste Strecke ist auf, äh, nicht so spät. Alter, wie können die so schnell in die Kurven gehen? Das ist völlig unmöglich. Ah, nein, links rum, links. Zieh doch nicht noch von rechts rein, man. Was ist denn kaputt mit dir? Wow. Du, das doch, du Pissbeutel, ey. Ja, wenn ein Skyliner dann erstmal auf, auf, auf Moped trims hier, und der hat aber auch so ein Heckantrieb, weil da, der drückt sich dann aber auch rum, wenn du Gas gibst. Ja, ähm, weiß nicht, wer. Komm schon, Sky. 15 Checkpoints noch, das wird ja wohl zu schaffen sein. Wow, wow, wow. Woohoo, oh geil, Alter. Ach, du. Genau, die fahren dann immer mit hier auf der Straße, oder was, ey? Nee. 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 Nee, das hast du nie. Ja, das ist schön. So, hoppa, hoppa, kann das da? Ja, guck mal, wie die fahren, Alter. Sie sind erst auf der Mittelstraße, dann ziehen sie erst wieder auf, auf, auf ihre eigene Fahrspur rüber, so. Ja. Ja, ja. Komm rum. Und, äh, jetzt kommt mir der KI entgegen. Oh, der Satz hier, das machen wir jetzt. Jawohl, abgeledert hier. Aber die ganze Mäute, ey. Hohoa. Huah, huah, huah. Ach, will ja, Olawelle. Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Immer springen. Ja. Ist frei, ist es frei. Ist der Aufreise, oder so. Mal rechts ran. Motor aus. Und kriege ich jetzt irgendwie mal eine Mail hier oben. Da können sie, guck mal, wie sie sagt, komm. No. Mist, hast du das gesehen? Wow, ich könnte diese Rute gar nicht. Oh ja, werde ich gleich ausprobieren. Karten-Update. Alles klar. Okay. Okay. Ich bin's. Robin's Bike gesehen, warum ich was. Neue Karteorten, bla, teleportieren. Ja. Alles klar. Mit dem Spike haben wir, der war uns immer am Anfang sympathisch hier. No, da können wir den doch gleich einfach mal. Tiberian, ist doch schon wieder gefahren. 38, was ist das denn, Zeitfahren? Engel am roten Bereich. Na gut. Oh, mein Cappuccino. Scheiße. Uh. Der ist noch so ein bisschen warm so. Ja. Flieger Start. Ah. Alde, 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 Alde Kütte, ey. Also beim Driften wirst du voll langsam. Ich weiß nicht, wie die beim Driften so schnell sein können. Vielleicht nicht ganz so quer stellen. Hey, hör auf jetzt. Du Fichtenmoped, ey. Sonst werde ich sauer. Und das will ich nicht. Ich hasse meine Rage-Aktion irgendwie, ey. Das ist dann so, ich bin mir aufs Rage konzentriert, weil ich mich aufgeregt habe. Und dann schon taktisch oder logisch. Hey. Wer denkt sich der so ein Quatsch aus hier? Wer denkt sich das geht geradeaus? nein die muss doch mal abbiegen yeah oh viel hardcore kurz hast du so warte jetzt ja komm 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 ja ja das ist die tankstelle wow wow guck mal die fahren mit dir auf straße und dann ziehen sie es rüber wenn einer kommt das ist doch ey wow wow fliegende Rehe ja jetzt habe ich es euch definitiv bewiesen dass die KI scheiße fährt wir haben sie mal scheiße eingesetzt bei World haben sie sich noch dran gehalten dass die Fahrspuren eingehalten werden komm schon ey wie als wenn du nein oh ich habe gerade noch auf die Karte geguckt und dann scheiße da kommt ja voll die das Wort wollte ich jetzt nicht sagen aber ich sage mal eine scharfe Kurve eine scharfe Kurve Wortwitz scharfe Kurve schlau wie schön wie pepperoni eine wahre jetzt die Nacht nicht ganz ohne schlau so 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 tja tja auch keine unterhaltung mehr nehmen wir sind dabei jetzt bin ich wieder drauf so ja 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 und auf der karte anzeigen machen wir das doch gleich mal ganz locker frock ich mein geschwind teleportieren wir uns wie ein kind so das erinnert mich an rammstein ja ein gimme kotze wieder hier gimme ho giovanna gimme versuchen wir es einfach mal ja noch zwei rennen haben wir nicht geschafft vielleicht haben wir die auch nicht worauf wartest du mann ab an den start oh hey wie hey wie ich will dein herz du bist ja auch so eine geile büffelhüfte ah die ist mit dem blauen linie wollen das hätten sie echt mal besser machen können manchmal sieht man die gar nicht also ich hab sie gerade nicht gesehen da war schon zu spät vielleicht vielleicht hätten sie ja so eine linie einbauen müssen wie bei the crew das wäre vielleicht immer das besser gesehen ah ich hasse dich hör doch mal auf man hallo schneckchen da müssen wir halt unten auf die karte gucken die einzige die man oh hallo 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 meine kleine blondine super schnecke blondine super schnecke ah ja das ich hab jetzt auch gemerkt ja ja du dumme hallo 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 weg zum geier ey die spiel ist doch behindert ey steck dir rum alter was für eine sauerei da fickt die mich auch um alter das ist doch mal ne scheiß KI ganz ehrlich ey was für eine kacke habt ihr denn da gebaut ey oder ist das einfach nur verschießener buck ey wo soll ich denn da genau ey so eine kloake weiter tanzen hier oder wat ja so kann man die leute auch ausstellen das ist kein faires rennen das war jetzt einfach kacke da kann ich gleich destruction derby fahren oder so ein kacke ey blöde kacke da ey blöde kacke da ey jo 19 wie jetzt trifft punkte auch noch oder wat bist du kacke im billen backback boing oder wat ey ey ich pack's nicht alterweil dann dreht die schlampe mich da einer ey hör mal heute abend ich schwör dir ich hau dich so durch im bett ey das musst du mir büßen du boah boah die frau ne den dreht ihr mich ihrer scheißkarre einfach um wieso gar nicht dass diese blöde karre so viel packer hat ey ich glaub das ist dieses moped wo sie so lange dran rumgeschäubt hat wo nur noch mal das geht nicht das geht überhaupt nicht klar geht es bach die 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 wacke rum ein bisschen dritter hier ja was ist genau gegen so einen roten scheißdingen fq alter endlich mal dein ernst oder ah ein sauberes rennen ist für mich anders puppe sag ich dir ja mein moped mal wieder die kurve kratzen hier ja mann ich bremst noch ich bremst noch ich würde dies manne tobias ja auch damit das war ja noch eine runde kommen du dich nicht so schwer jochen ich weiß ich hab's ja auch wieso hasse ich die karriere schon wieder voll so gut gefahren jetzt wohl nur kacke alter könnt ihr mir mal sagen wann das nicht hier sind ihr meine irgendwie vielleicht was ich verändern könnte oder so war vielleicht selber fällt mir das im mini ja jetzt sagst du mir falsche richtung oder was ich bremste gleich was auf der schnauze alte bis wenn sie kommen wir mit so einer kacke um die ecke kamikaze kacke jetzt aber leckung mir oder laquaza ich mir mal schon da mit was da jawohl ja halt an so komm jetzt nachricht hier komm ich rede eigentlich immer nachricht also das war eine sehr hilfreiche nachricht ja nicht schlecht geht die leute nur auf Seit langer Zeit. Bis auf diese Irren, die sich mit den Kops angelegt haben. Habt ihr gehört, was sie neuerdings treiben? Ihr beiden habt alles auf den Kopf gestellt. Jeder jagt den Zeiten nach, die Magnus aufgestellt hat. Ihr habt einen neuen Trend gestartet. Eher eine neue Art, die Dinge zu tun. Hörst du das, Mann? Die Leute kopieren uns. Und machen... Vorsicht, Spike. Du weißt nie, wohin das führt. Ganz nach oben. Oh, Spikey. Du überraschst einen immer wieder. Weißt du noch? Gut, ich muss dann mal los. Bis später. Bis dann. Ja, alles klar, Mann. Ich werde die Zeit von Magnus pulverisieren. Ähm. Alles klar. Alles klar. Ja, nicht schlecht, gebe ich zu. Sporni nicht so an. Er verbreitet Unruhe und stachelt die Leute nur auf. So, ähm. Wie du meinst, Travis. Das war die spannendste Sache hier. Ja, ja. So, mal Ruhe. Puff, Licht aus. Weißt du? Wir gehen jetzt mal zur Garage. Karre. Erstmal Karre-Rappare. Gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen aufmoppeln können. Boah, aber da haben wir ja noch zwei solche Races vor uns mit Schwerder. Das geht mal gar nicht. So, warte mal Handling abstellen, Leistungsfühling, er hat doch genau. Serie. Wo, wir haben auch, wow, von 52.000 wieder auf 90.000 hoch, alter, wow. Bremse. Mal einbauen hier. Alter, wie, wo war dir? Okay. So, also, man kann hier, ähm, das, äh, leveln bis, ähm, 99. Also, wir haben gerade mal, äh, ich glaube, was ich, leveln jetzt 35 oder sowas, bis 99, ja. Ja, manche Sachen noch auf Serie, alter. Oh, die hat man da oben, da hier, die 599. Okay, vorhin. Wow, ich war bei 600. Kraftstoffsystem. Zündung macht auch schon mal ein bisschen was her, Steuergerät. Oha. So, okay, alles vorhanden, Zylinderkopf. Okay, noch nicht. Da können wir auch noch mal. Ja, die ganzen Sachen, die kosten natürlich mega, äh, mega richtig Kohle. Okay, das ist level 37. Aber mal ein bisschen besser Nitro, geht noch nicht. Geht nix mehr. Reifen brauchen wir auf jeden Fall. Okay, vorhanden. Vorhanden. Vorhanden, geht aber. Oh, kann mal durch. Das hat das Ding auch wieder ein bisschen mehr Horsepower. Ob wir dann natürlich jetzt, oh, Moment. Wagen ansehen, Handling abstimmen, äh, wollte ich mehr auf Drift gehen? Oder sollte ich da ein bisschen runter gehen? Ähm, gute Frage, nächste Frage. Geh noch mal ein bisschen nach oben. Und drauf, ich fülle. Machen wir ein bisschen mehr. Oder weniger Drift. Weiß jetzt immer so, dass er sich da so... Ich versuche es einfach mal. Oh.